ich musste erst mal weißen gehen um die lage mit sicherheit der der war schon lustig er war schon lustig der war schon sehr amüsant da ist jeder gerade einheiten ja super jetzt hat einer schon mit dem skorpion drauf ich wollte gerade mit einem erstwerk zernichten ja wo bist du also mein tor ist gleich dran scheiße alter ich habe hier zwei dual blades ich habe ja unmöglich viele einheiten das regeln ich gleich ja da kriegst du jetzt ordentlich geht es gleich nein sie ziehen alle einheiten ab ok ok doch nicht ja mal super wenn du herkommst ich habe hier ein dual blade da bist du schon da sind sogar zwei jetzt wieder finde ich ein bisschen nervtötend das sind ja alles ich staune dass ich die jetzt gerade nicht so einfach tot mache die gegner so einer ist tot also die sind doch die haben doch gar nix die guck mal an dass ich damage mache an denen ja das ist es ja selbst dass meine einheiten noch leben ist lächerlich ich habe nicht gekriegt aber erst mal 15 euros genau ja es muss der macht ja gar kein damage und du hast ja nichts von den doppelklingen ja dual blades hat halt schmutz alter also wenn ich einen guten dual blades spieler haben dann bin ich tot ja deswegen wollte ich ja dass du herkommst war jetzt aber komm mal leute jetzt zerfickt die doch mal die haben auch nur gammel einheiten kann das sein ja ich staune dass meine eisenhelme immer noch leben obwohl die hier schon gegen 20 milliarden gekämpft haben gefühlt ja meine meine dinks leben auch noch meine ich habe jetzt schon du hast schon mehr er beginnt diese runde doch nicht mehr ja ich geh mir mal neue einheiten holen ey alter weißt du wie das wird wir erstmal Kondoteris auspacken alter das wäre so easy das ist die farm gewesen mit Kondoteris Jules Kira dankere für deinen host alter wir haben da jetzt mit Kondoteris reingegangen Ragnar ey wir hätten schon keine ahnung wie viele Kills ich glaube wir hätten da alles massakriert gerade guck jetzt gleich die Kondoteris aus ey wir haben ja wir haben ja tut mir ja schon weh man wir haben schon 100 Einheiten getötet die das ist krass alter ey pass auf ich komme jetzt runter wir holen jetzt Kondoteris und dann gehen wir von hinten an den Pluspunkt von B ja also meine Aktebußen leben immer noch und die waren auch vorne mit drinnen ne und das ist eine Fernkampfjulek weil das sind zwar nicht viele aber es leben ja gut jetzt sterben ne treibt hier mit dem Haus Punkte hinter dem Einheiten ja irgendwie ich bin sehr enttäuscht von äh VP zur Zeit vom Virtus Pro also das Spiel können die nicht gewinnen eigentlich also wenn die wenn wir das wirklich verlieren ne dann bist du schuld ne warum sollte ich Lev ok hier unten kommen Einheiten da steht ne ganze Menge oh steht da viel drauf komm bist du da warte kurz warte kurz ja ich hab kein äh die steht jetzt schon vor mir Digga ja mach doch ich geh von hinten hier rein in die Schilder ja komm 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 nein doch ja los nein nein Pappen Pappen ich brauch den Charge wieder alter ich bin schon so ein bisschen leid ne die werden gerade extrem auseinander genommen naja ich hab doch jetzt schon mehrmals gesagt gehabt wenn ich selber nicht kommentiere schaue ich mir die Spiele auch nicht an Leute es ist auch irgendwann vorbei mit Rainbow so so zwei Hämmerchen zerfickt hier an den Stairs so zwei Hämmerchen und dann die 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 und der die die von die Alter, das ist so ein Massaker, ey. Das ist echt braurig. Hast du noch deine Konditoris? Ja, ja, ich habe gerade so einen Sublightpoint geschickt. Ich habe jetzt schon meine 250 Kills. Meine sind, von mir sind gerade fünf Stück gestorben. Ja, von mir einer zurzeit. Aber ich lasse sie, ich habe sie einfach in den Sublightpoint reinchargen lassen. Jetzt ist noch einer gestorben. Alter Falter, ihr armen Schweine. Was ist denn das hier? Ist das dein Ernst von den Dual Blade? Wo ist der? Der steht genau vor dir. Oh Gott, eigentlich dürfen wir noch gar nicht gewinnen, Ragnar. Wir müssen die einfach geiler kaputt machen, die Armen Schweine. Oh, die tun mir so leid, was ist denn hier mit dem Matchmaking passiert, ey. Der packt jetzt auch noch jemand Kavallerie raus. Ey, du hättest hier nur easy durchgehen müssen und nur Dings auspacken. von Koloteris. Boah, ich will doch nicht cappen. Nein, nein. Nein, nein, nicht cappen. Nein, nein, nicht cappen. Ich muss zurück. Ich muss meine Dings rausholen. Lass mich raus. Lass mich raus讲. Nein, 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 nein. Pardon estás. Da drin, nein. Oh, schade. Warum gönnen die nicht? Alter, MVP. Fast 300 Kids gemacht, ey. Ragnar hat es auch endlich geschafft. Woooo. Woooo, Ragnar, woooo. Hahaha. Digga, ich habe... Bei dir sind viel mehr Units und alles gestorben, ne? Digga, bei mir sind viel mehr Units und? Guck mal, ich habe viel mehr Units. Guck mal, was ich gemacht habe, Alter. Ich habe 230 Teilnahme, 290 Kids, du Ochse, ey. Du hast halt in nichts gerissen, Alter, du Pfeife. Hahaha. Ragnar, soll ich dir mal das Spiel beibringen? Hm, ja. Hm, ja. Ragnar.